Michael Schumacher – Bewegende Geburtstagsgröße von Tochter Gina Maria. Michael Schumacher wird 49 Jahre alt. Am 3. Januar feierte Michael Schumacher seinen 49. Geburtstag. Fans weltweit posteten Geburtstagsgröße und wünschten ihm, dass er niemals aufgibt. Bis heute erholt sich der Formel-1-Rekord-Weltmeister von seinem schweren Schienfall 2013. Unter den vielen Glückwünschen auch ein ganz besonderer Beitrag von seiner Tochter und. Gina Lisa Schumacher – rührende Nachricht an ihren Vater. Dieser Instagram-Post zu Ehren von Schumacher berührte gestern besonders, seine Tochter Gina Maria ehrte ihren Vater auf ihrem Instagram-Account mit den Worten. Gefolgt von dem Haarstar-Kraute Cape Fighting, womit sie ihren Vater ermutigen will, dass er niemals aufgibt zu kämpfen. Dazu postete die 20-Jährige ein schwarz-weiß-Foto Schumachers. Den sportlichen Ehrgeiz ihres Vaters hat Gina, das ältere Kind von Schumacher, offensichtlich geerbt. Sie wurde bereits Welt- und Europameisterin in der Disziplin Reining des Westenreitens. Erst im August 2017 trat sie erstmals öffentlich mit ihrem Freund, dem Springreiter Inwitke, 22, auf. Schumacher Sonnmig, 18, ist wie sein Vater Rennfahrer geworden und fährt in der Formel 3. Die Gorg. Bei Facebook und verpasse keine Star-Nives. Untertitelung des ZDF für funk, 2017